So meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu PAK Accounting 2, letzte Sitzung vor der Klausur. Wir treffen uns jetzt heute noch mal zum Abschluss, um noch offene Fragen, die jetzt noch da sind, zu klären. Wir werden jetzt sonst nichts weiter mehr besprechen. Wir könnten uns höchstens hier und da noch mal eine kleine Aufgabe angucken und schnell darüber diskutieren. Aber ja, im Prinzip treffen wir uns jetzt heute nur noch, um Fragen zu beantworten. Genau. Ja, was brennt euch noch auf der Seele? Was sollen wir noch mal uns angucken oder noch mal kurz besprechen? Ich habe noch mal, oder Sadi, mach du erst mal nur. Nee, mach du zuerst, ich habe ja nur zwei Stück. Ich hatte ein paar Fragen bezüglich Übung 4, aber da ging es einfach nur um dieses, das habe ich irgendwie entdeckt letztens, dieses Punkt C, Aufwandsrückstellung. Was ist das denn auf einmal? Ja. Aufwandsrückstellungen sind halt, die musst du bilden, also du musst eine Aufwandsrückstellung bilden für, ich glaube, Instandhaltungskosten, die innerhalb der ersten drei Monate des folgenden Geschäftsjahres nachgeholt werden, also Instandhaltungsmaßnahmen quasi, oder ich glaube, Abraumbeseitigung, Abraumbeseitigung, dass die überhaupt generell für das ganze letzte Geschäft, also die generell, das kannst du über das ganze nächste Geschäftsjahr, glaube ich, noch rückstellen. Ich gucke aber selber noch mal nach. Ich habe nämlich das ganze Schema halt gelernt, da stand das nie drin. Genau, passiviere im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden, oder für Abraumbeseitigungen, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden. Also das heißt, wenn ich jetzt in diesem Geschäftsjahr Instandhaltungsaufwand habe, dann muss ich, oder sagen wir mal, wenn, genau, wenn ich Instandhaltungsmaßnahmen durchführen muss, und die, also, die, da muss ich dann auf jeden Fall als Aufwandsrückstellung ansetzen, und zwar innerhalb der ersten drei Monate. Also wenn ich quasi, das ist nicht ganz so leicht, wenn ich letztes Jahr irgendwie Instandhaltungsmaßnahmen hätte durchführen müssen, und habe die aber erst in den nächsten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres nachgeholt, dann muss ich dafür eine Rückstellung bilden. Ja, wenn ich dann plane, okay, ich weiß, ich muss jetzt schon in Stand halten, und mache das aber erst im Februar nächstes Jahr, dann muss ich aber schon eine Rückstellung dafür bilden. Ja, und genauso geht es um, was heißt Abraumbeseitigung, wenn ich vielleicht irgendein Lager habe, wo total viel Scheiße noch lagert, Entschuldigung für die Wortwahl, wo total viel Müll drin ist, ja, und ich möchte das vielleicht leer haben und dann irgendwie vergrößern, ja, und dafür muss ich erst mal noch Kellerräume graben oder sowas, das heißt, ich muss das irgendwie ausheben lassen, und wenn ich das mache, wenn ich das möchte, dann muss ich dafür auch eine Aufwandsrückstellung bilden. Das sind wirklich nur diese zwei Spezialfunktionen. Drei Monate sind, also nur wenn die innerhalb von drei Monaten das passiert, oder wie? Also bei Instandhaltung, Instandhaltungsmaßnahmen, die muss ich innerhalb der nächsten drei Monate nachholen, aber die ganze Geschichte hier mit Abraum weg und so, das darf das ganze Geschäftsjahr betreffen, genau. Nur dann wäre es eine Aufwandsrückstellung, aber ich glaube, das würde in der Klausur nicht drankommen, weil das einfach viel zu speziell ist. In der Klausur würde ich so schreiben, das wird von der Forschung nicht erfasst werden. Ja, die Frage ist, musst du das wirklich hinschreiben? Ist das wirklich Teil des Schemas? Ich weiß nicht, ich habe das bei den Methoden. Weil, also auf den Vorlesungsfolien steht es nicht mit drauf bei dem Schema. Deswegen. Deswegen, ich habe es auch nie mit übernommen. Ich würde es nur erwähnen, wenn das den Sachverhalt vielleicht betreffen würde, aber sonst, pfff. Weißt du, bei der Übung kam es vor und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache es lieber wieder Übung. Also wenn die mir dafür Punkte abziehen, dann würde ich bei der Einsicht hingehen, würde ich sagen, also Leute, auf den Vorlesungsfolien steht es nicht drauf. Ja, also ihr könnt ja nicht sagen, einmal es gehört dazu und einmal es gehört nicht dazu. Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall was, was ich sofort bemängeln würde und würde sagen, also dafür könnt ihr mir jetzt keine Punkte abziehen, weil auf den Vorlesungsfolien steht es nicht drauf. Okay. Ja. Weitere Fragen? Ja, zur Gewinnrealisierung habe ich eine Frage. Ja. Was war das nochmal mit der Geschichte, mit diesem Verbrauchsgut einmal und das mit der Preisgefahr und so? Ja. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Sachverhalt haben, dass irgendwie ein Handy an einen Endverbraucher geschickt wird, ja, dann handelt es sich hier um einen Versendungskauf, und soweit ich weiß, ist es da so, dass, weil das Handy eine bewegliche Sache ist, ja, und es für einen Endverbraucher bestimmt ist, dass es sich hier dann aber nicht um eine Schickschuld handelt, sondern um eine Bringschuld. Zumindest so lange, wie der der Händler den Versand oder den Spediteur bestimmt. Meinst du den Kunden? Den Spediteur, der das Handy halt zustellt. Die HL oder so. Ja. Aber der Kunde muss ja den Spediteur bestimmen. Nö, muss er nicht. Wieso muss er das denn? Wenn du bei Amazon was bestellst, bestimmst du ja auch nicht den Spediteur. Das macht ja Amazon. So, weil es stand bei Lösungen, da steht ja hier, geht die Preisgefahr mit der Übergabe an den Spediteur, die Transportperson, nur auf den Kunden, über wenn der Kunde den Spediteur selbst bestimmt. Ja, ja, richtig. Aber das, also das wäre ja in dem Fall nicht so. Ja. So. Klar, wenn jetzt, wenn irgendwie das Unternehmen sagt, ja, du kannst das Handy kaufen, aber wie es zu dir kommt, musst du selber gucken. Ja. Und du beauftragst dann DHL oder so und sagst, okay, ihr holt das Handy ab und stellt es mir zu und du organisierst das und bezahlst es natürlich so oder so, aber du organisierst es, dann ist es eine Schickschuld. Weil dann ... Aber wenn es nicht so ist, wenn das Unternehmen das selber bestimmt ist, eine Bringschuld. Richtig. Ah, okay. Weil du als Endverbraucher kannst ja jetzt nichts dafür, wenn die irgendwie DHL beauftragen und dann verschwindet das Teil. Ja. Ja, da ist dann Amazon zum Beispiel für verantwortlich. Ja. Wenn du aber von dir aus sagst, oh nee, ich habe keinen Bock auf DHL, ich nehme Hermes oder was auch immer und du beauftragst ihn, dann geht es unter und dann ist es dein Pech. Ah, okay. Ne, das ist das Ding. Und bei B2B haben wir ja festgestellt, dass es sich immer um eine Schickschuld handelt, ja, weil es kein Verbrauchsgut ist. Ja, genau. Das ist ja nur Wahnsinn. Ne, da ist es immer eine Schickschuld und da ist es dann auch egal, wer den Spediteur bestimmt. Ja. Aber wenn es jetzt so ein Konsumer ist, zum Beispiel jetzt, wenn jetzt jemand mir einen Fernseher liefert und man konsumiert, also es ist ja ein Verbrauchsgut, ne? Ja. Und ich bin ja der Endverbraucher, dann wäre es aber eine Bringschuld, wenn das Unternehmen den Spediteur bestimmt. Richtig, so ist das. Aber wenn ich selber das machen würde, das ist dann eine Schickschuld. Dann ist es eine Schickschuld, ja. Wenn das Unternehmen sagt, hey, wir machen hier keinen Versendungskauf, sondern wir stellen dir das bereit oder du organisierst halt den Versand selber, dann ist es eine Schickschuld. Ah ja, okay, gut. Dann ist das Einzige, was das Unternehmen machen muss, ist die Ware dem Spediteur übergeben und alles, was dann danach damit passiert, ist das Unternehmen raus. Da bist du dann für verantwortlich. Ja, also wenn das Ding kaputt geht oder verschwindet unterwegs, dann musst du das halt mit dem Spediteur klären, da hat das Unternehmen dann nichts mehr mit zu tun. Ja, das stimmt. Das heißt ja, wenn die Sache beweglich ist, was ist denn quasi nicht beweglich, ein Haus oder was? Das kann man ja auch dann nicht mehr senden. Zum Beispiel, ja. Ja, also ich glaube, alles, was du irgendwie bewegen kannst. Ein Auto wäre auch beweglich. So eine schwere 40-Tonnen-Maschine, puh, ist das noch beweglich? Ja, ich glaube, beweglich ist sehr schwammig. Ja, das kann man auslegen. Es ist eine harte Auslegung. Ich bin kein Jurist, aber ich würde jetzt sagen, ich glaube, da geht es ja auch um Bürgerrecht, also bürgerliches Gesetzbuch, das betrifft ja gar nicht das Handelsgesetz. Aber da würde ich schon sagen, dass das sehr auslegungsbedürftig ist. Tja, kannst du eine 40-Tonnen-Maschine noch bewegen? Also mit Muskelkraft nicht mehr. Ja, da hast du Maschinelle Hilfe. Ja, beim Auto wäre es aber in dem Sinne auch so. Kannst du mit Muskelkraft, also da musst du dich schon anstrengen, um ein Auto zu bewegen. Geht vielleicht, aber... Vielleicht, wenn du ein Auto bestellst, dann liefern die das ja auch mit so einem LKW. Ja, aber das wird halt überführt. Also jemand fährt das Auto zu dir oder wie auch immer. Also ich würde sagen, Auto wäre schon noch eine bewegliche Sache, würde ich gerade so noch sagen. Aber bei so einem 40-Tonnen-Kran oder sowas würde ich schon sagen, boah, nee, das ist nicht mehr beweglich. In seinen Einzelteilen ist es vielleicht beweglich. Wobei auch die Einzelteile teilweise wahrscheinlich so groß sind, dass du sie nicht mehr bewegen kannst. Ja, aber wenn es ja zum Beispiel so ein PC ist, dann ist es ja nur bewegliche Sache. Ja, auf jeden Fall, ja. Also alles, was du mit Muskelkraft irgendwie noch bewegen kannst, würde ich schon sagen, dass das noch beweglich ist. Aber wenn du schon eine Maschine dafür brauchst, würde ich sagen, nee, dann nicht mehr. Okay. Äh, gut. Zweite Frage. Ja. Äh, beim Greifbarkeitsprinzip, beim Aktivierungsschema. Mhm. Äh, dann haben wir einmal, dass einmal der Nettoeinnahme-Polizei-Träger als Einzelheit nachweisbar ist und Sachen und Rechte als greifbar gelten. Mhm. Kannst du ihm mal so ein Beispiel für Sachen und für ein Recht geben? Naja, Sachen ist ja klar. Ja, alles, was du anfassen kannst, ne? Ja, aber so ein Recht, meine ich. Ein Patent zum Beispiel. Ah, okay. Patent, ein Patent zu haben ist ein Recht. Ja, das war das Recht, als einziger ein Verfahren oder was auch immer zu nutzen. Ah, wie bei den Impfstoffen. Ne? Genau. Ne, Impfpatent, da bist du irgendwie Biontech oder was, die einzige Firma, die das Recht hat, diesen Impfstoff herzustellen. Ja. Ja, und das ist ein Recht und damit ist das auf jeden Fall greifbar, dieses Patent, ne? Als immaterieller Vermögensgegenstand. Okay. Ja. Das wäre eine Lizenz genauso, ne? Lizenz ist ein Recht, etwas nutzen zu dürfen. Irgendwie Sky, wenn du irgendwie ein Unternehmen bist oder bist, ich weiß nicht, bist ein Unternehmen und, oder bist eine Behörde und im Wartebereich stellst du einen Fernseher auf, wo Sky gezeigt wird, zum Beispiel jetzt einfach mal, ja, und dann brauchst du ja eine Lizenz, um Sky überhaupt zeigen zu dürfen. So, oder eine Kneipe, ja, noch ein viel besseres Beispiel, eine Kneipe, wo Fußball läuft auf Sky, ja, die müssen sich eine Sky-Lizenz kaufen und wenn die Kneipe Buch führt und das muss sie ja irgendwie, dann könnte sie diese Lizenz als Vermögensgegenstand aktivieren, ne? Weil die haben damit ein Recht erworben. Bei rein wirtschaftlichen Gütern besteht ja die Vermutung der Nichtgreifbarkeit. Ja. Diese können ja widerlegt werden durch die drei Kriterien. Genau. Was ist jetzt, wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, aber die anderen beiden, heißt es doch, dass es trotzdem, das Greifbarkeitsprinzip trotzdem erfüllt ist, oder? Oder es ist nicht erfüllt. Also beim Greifbarkeitsprinzip ist es ja so, dass bei rein wirtschaftlichen Gütern Vermutung der Nichtgreifbarkeit gilt und du kannst das widerlegen, ja? Ja. Wie du schon gesagt hast, entweder es gibt halt einen Markt, auf dem diese ähnliche Güter gehandelt werden. Ja. Oder du oder Dritte haben, die können dieses Gut am Markt entgeltlich erwerben, ja? Ja. Oder es ist halt offenkundig werthaltig, das heißt irgendwie jemand anders wäre bereit, einen klar bestimmbaren Betrag zu zahlen, ja? So, und eins dieser drei Sachen muss erfüllt sein, damit es greifbar ist, ja? Mindestens können natürlich auch mehrere sein, aber man mindestens eins davon muss, ne? Kann dann nachweisen, dass das Ding doch greifbar ist. Also es muss nicht alles drei erfüllt sein, es ist mindestens eins. Okay. Ja. Also wenn es offenkundig werthaltig ist, oh ja, Greifbarkeitsprinzip ist erfüllt. Richtig. Auch wenn es jetzt vielleicht keinen Markt dafür gibt oder vielleicht kannst du auch nicht belegen, dass du das immaterielle, äh, also das rein wirtschaftliche Gut jetzt, äh, am Markt erworben hast. Aber wenn das offenkundig werthaltig ist, wenn jemand anders kommt und sagt, ey, ich bezahle dafür eine Million Euro, ja, und du kannst es belegen, dass der das dafür bezahlen würde, dann ist es greifbar. Dankeschön. Bei dem, äh, bei der selbstständigen Bewertbarkeit, da müssen aber alle drei Dinger gegeben sein, Richtig. Da müssen alle drei Dinger gegeben sein, also du musst, äh, äh, musst, äh, die Anschaffungskosten oder, ich sag mal, die Zugangsbewertung muss auf jeden Fall möglich sein, ja. Äh, du musst wissen, äh, wie entwickelt sich der Wert, das muss auch ersichtlich sein und du musst sagen können, äh, wann ist das Ding, also wie lange ist das denn werthaltig? Also zum Beispiel an den folgenden Bilanzstichtagen muss immer noch ersichtlich sein, ähm, ob das Ding immer noch ein vermögenswerter Vorteil ist oder nicht. Ja, Abgangskontrolle. Genau, die Abgangskontrolle. Und das muss alles erfüllt sein. Wenn nur eins davon nicht erfüllt ist, dann ist es nicht sinnvoll bewertbar. Okay. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zur Passivierung. Da gibt es ja dieses Prinzip der Mindestwahrscheinlichkeit in Anspruchnahme. Ja. Das war ja die Definition, aber was, worum geht es denn jetzt so konkret? Hast du so ein Beispiel? Naja, die Definition war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Bilanzierende muss ernsthaft mit der Erfüllung, ähm, rechnen. Rechnen, genau, mit ernst, mit ernsthaft mit der Erfüllung rechnen. Ähm. Das Risiko ist qualitativ zu bewerten. Dankeschön, das ist mir jetzt nicht mehr eingefallen, das Risiko ist qualitativ zu bewerten, ja, und es müssen gute stichhaltige Gründe vorliegen. Ach so, das war mit den Schadensersatzansprüchen, das ist ein guter Grund. Wenn du einen Schadensersatzanspruch hast, ja, und vielleicht war derjenige schon beim Anwalt und dieser Anwalt hat dir geschrieben, ja, naja, dann musst du ja wirklich ernsthaft damit rechnen, dass der das Ding durchzieht, ne? Oder du hast, das ist dein langjähriger Part, dein Kunde, und du willst den Kunden nicht verlieren und du musst halt damit rechnen. Ja gut, das hat ja eher mit der Greifbarkeit zu tun, ne? Sicher? Ich dachte, wenn du sagen kannst, oh ja, ich will den Kunden nicht verlieren, deswegen zahle ich das lieber. Ja, das wäre der gute stichhaltige Grund, dass ernsthaft mit der Erfüllung gerechnet werden muss, ne? Ja, das meine ich ja. Richtig. Richtig. Also einmal könnte man sagen, okay, das ist ein guter Kunde von mir, den ich nicht verlieren will und da kann man dann sagen, beim Greifbarkeitsprinzip, okay, das ist keine Rechtsverpflichtung, aber der Erfüllungsdruck ist doch so groß, dass ich ihm nachgebe, weil ich ihn halt nicht verlieren will als Kunden. Ja. Und deswegen könnte man dann schon sagen, okay, diese Schadenersatzforderung ist greifbar und ja, das Prinzip der Mindestwahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist auch erfüllt, weil ja eben das ein sehr, sehr guter Grund ist, dass ich mit der Erfüllung der Schadenersatzzahlung rechnen muss, dass ich damit rechnen muss, dass wir das wirklich zahlen. Okay. Bestanden. Ja. Ich glaube auch noch eine Frage. Ja. Kann mal einer von euch oder du Marvin nochmal so mit eigenen Worten erklären, was der Unterschied zwischen Gesamtkostenverfahren und Umsatzkostenverfahren ist? Ja. Also beim Gesamtkostenverfahren ist es so, dass wir Wir haben hier Unterschiede oder meinst du jetzt die Definition, Max? Nee, eher mehr so fürs Verständnis. Also ich sag mal, diese Unterschiede habe ich mir so prinzipiell schon gemerkt, aber Ja. Also beim Gesamtkostenverfahren, wir gucken uns das mal zuerst an, beim Gesamtkostenverfahren ist es halt so, dass wir auf der einen Seite irgendwie Erlöse haben, ja. Erlöse, bla 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 bla, so und so viel. So und was das Gesamtkostenverfahren ist jetzt, was das Gesamtkostenverfahren jetzt macht, ist alle Aufwendungen der Periode zu nehmen und getrennt nach den jeweiligen Kostenarten diese auszuweisen. Also wir fragen uns jetzt nicht, wo, in welcher Abteilung zum Beispiel sind die Kosten angefallen, sondern wir fragen uns, welche, was für Kosten sind das, ja. Ist das vielleicht Materialaufwand? Abschreibung. Ist das Personalaufwand? Das reckt mich am Back. Ist das Verwaltungsaufwand vielleicht, ja. Ist nicht Vertrieb und Verwaltung eher UKV? Ja, gut, ja, wenn ich, ja, könnte ich auch sagen. Die Frage ist, was, gut, dann nennen wir es Abschreibung. Ja, Abschreibung wären auch sowas, vielleicht Administrationsaufwand, ja, Abschreibung. Sonstige betriebliche Aufwendungen. Ja, also, das macht das Gesamtkostenverfahren. Das guckt, was für Kosten sind das? Sind diese Kosten mit Material verbunden? Bitte? Also, genau diese Aufwendungen, die bei der Leistungserstellung angefallen sind, ne? Ja, gut, die fallen ja im Prinzip alle bei der Leistungserstellung an, aber, genau. Die werden aber buchhalterisch korrigiert durch die Bestandsveränderung. Genau, und dann gibt es hier noch Bestandsveränderung. Das sind ja die provozierten, aber noch nicht veräußerten Güter. Genau, Bestandsveränderung, ja, weil es, wir, genau, wir gucken ja nach, nach den Gütern, das kennen wir aus Back vielleicht noch, wir gucken ja nach den Gütern, die hergestellt worden sind, ja, oder gekauft worden sind und nicht welche verkauft worden sind, weil da gucken wir beim Umsatzkostenverfahren nach, ja? Ja, genau. Das heißt, wir vergleichen Material, Personalaufwand, Abschreibungen und so weiter von allen hergestellten Gütern mit den verkauften. Und da kann es ja durchaus eine Diskrepanz geben, deswegen müssen wir das Kontobestandsveränderungen hier beim Gesamtkostenverfahren ansprechen. Und das wäre ja dieses Dings. Beim Umsatzkostenverfahren, da machen wir es anders. Da haben wir ja hier auch irgendwie Erlöse. Und jetzt stellen wir diesen Erlösen aber auch nur die Aufwendungen gegenüber, die mit den verkauften Produkten zusammenhängen, ja? Nicht jetzt mit allen, also das heißt, es wird hier keine Bestandsveränderungen geben, ja? Sondern nur wirklich mit denen, die wir auch verkauft haben. Deswegen heißt das Ding ja auch Umsatzkostenverfahren, ja? Absatzorientiert. Genau, das ist absatzorientiert. Wir schauen uns also nur an, was haben wir verkauft und nicht, was haben wir hergestellt, ja? Und hier wird jetzt Aufwand aufgestellt nach Kostenstellen. Also wir fragen uns, wo ist das angefallen, ja? Ist das vielleicht Produktionsaufwand? Erstellungskosten. Genau, ja gut, also sind das Produktionsaufwendungen, ja? Ist das in der Produktion wirklich entstanden? Verwaltungsaufwand, Vertriebsaufwand, ja? In welcher Abteilung? So, aber nicht Produktionsaufwendungen, eher bei, wie heißt das, beim Gesamtkostenverfahren? Ja, nee, würde ich nicht sagen, weil beim Gesamtkostenverfahren gucken wir ja Material, also Produktionsaufwand kann ja heißen, sowohl das Material als auch die Löhne der Arbeiter in der Produktion. Und hier gucken, hier würden wir das ja wieder auftrennen, hier würden wir sagen, das war Material, das war fürs Personal, ja? Ich habe das noch so in Erinnerung. Und hier gucken wir halt, wo ist das jetzt in der Produktionsabteilung angefallen, ist das in der Verwaltung angefallen, ist das beim Vertrieb angefallen, in welcher Abteilung, ja? Also ich bezüge mich auf den Referenzmaßstab bei Gesamtkostenverfahren, das sind ja die Produktionsaufwendungen. Ja, richtig. Ja, gut, die Produktionsaufwendungen, weil wir halt alles, was produziert ist, an, was ich hier mit Produktion meine, ist ja die Abteilung, ja? Ach so. Produktionsabteilung. Ja. Ja. Ja, okay, das ist unbekannt. Weil hier trennen wir es nach Kostenstellen, Verwaltung, Vertriebs, also Vertriebsabteilung, Verwaltungsabteilung, Produktionsabteilung, könnte auch Kosten im Controlling, ja? Irgendwie Buchhaltungsaufwand, keine Ahnung, wobei das Verwaltungsaufwand wäre wahrscheinlich, ja? Also da, das sind die großen Unterschiede. Also erstens beim Gesamtkostenverfahren, stellen wir Erlöse der Periode gegenüber allen Aufwendungen der Periode, aller produzierten Produkte und daher kann es natürlich dazu kommen, dass sich Erlöse dem, was wir verkauft haben, dem, was wir hergestellt haben, unterscheiden. Das heißt, wir müssen buchhalterisch korrigieren über das Konto Bestandsveränderung. Beim Umsatzkostenverfahren betrachten wir wirklich nur den effektiven Umsatz der Periode und alle Aufwendungen, die sich zeitlich auf diese Periode abgrenzen lassen, ja? Und die direkt mit diesen Umsatzerlösen verknüpft sind. Also wirklich nur die Aufwendungen der verkauften Produkte. Und hier müssen wir es halt nach Kostenstellen ausweisen. Das sind so die großen Unterschiede. Und zum Beispiel Buchungssatz beim Gesamtkostenverfahren wäre Bestandsveränderung an Aufwand? Also sagen wir mal, wir haben vielleicht mehr produziert, als wir erlöst haben. Wir haben mehr produziert, als wir verkauft haben. Das heißt, es kommt irgendwie was ins Lager, ja? Ja. Das heißt, ähm, wie buchen wir das ein? Also einmal das Konto Bestandsveränderung wird auf jeden Fall angesprochen. Jetzt überlege ich nur im Soll oder im Haben. Bestandsveränderung, ist das ein Aufwandskonto, ist das ein Ertragskonto? Eigentlich weder noch. Ich hätte es im Soll jetzt gebucht. Aber woran? Was ist das Gegenkonto? Das ist die Frage. Übung 3 gab es mal. Also ich glaube, muss ich ihn haben, weil wenn du dann so Aufwendungen brauchst, weil die kostet den Soll. Ja, jetzt überlege ich selber. Das kann ja zum Beispiel in der Klausur, es gab in der Übung 3 so eine Aufgabe. Deswegen. Ich habe es auch zu einem. Es gab so eine Aufgabe, wo du halt eine Aufgabe zur Abschreibung hattest und dann musstest du irgendwie, ja, nennen sie, gehen sie davon aus, dass sie das Gesamtkostenverfahren benutzt haben, geben sie den Buch. Ich sehe es gerade. Also es ist tatsächlich Vorräte an Bestandsveränderung. Ja gut, das gibt auch Sinn, weil Vorräte werden ja, wenn ich mehr produziere, als ich verkaufe, werden Vorräte ja mehr. Welche Aufgaben war das nochmal? Also Vorräte mit dem und dem an Bestandsveränderung. Ja, gibt ja auch Sinn, weil Bestandsveränderung steht ja hier auf der passiven, ja. Okay, jetzt gibt es auch alles Sinn. Welche Aufgabe war das denn? Kann ich dir gleich sagen. Ja, bitte. Also das wäre der Buchungssatz beim Gesamtkostenverfahren. Das war die Aufgabe 2. Nee, 3.1. 3.1. Ah ja, das war mit diesem niedrigen und hohen Gewinnausweis. Doch. Genau, das war mit, ah ja, nee, das war mit dem Gewinnausweis, genau. Wie wäre es jetzt beim Umsatzkostenverfahren? Gut, beim Umsatzkostenverfahren bezieht sich das ja sowieso auf die Erlöse, da bleibt ja nichts übrig quasi, ja, das kommt ja immer auf dasselbe raus, also wir betrachten ja nur die Aufwendungen, die den Erlösen direkt zurechenbar sind, ja. Also es gibt keinen Buchungssatz dort, oder wie? Ja, das heißt, Vorräte können ja nicht mehr werden, ja, also wir haben hier ja keine Bestandsveränderung drin. Ja. Das heißt, alle Aufwendungen und alle Erlöse werden direkt betriebs-, also werden direkt erfolgswirksam erfasst und Vorräte an Bestandsveränderungen ist ja jetzt erstmal ein erfolgsneutraler Buchungssatz, ja. Hier ist kein, keine, kein Erfolgskonto irgendwie angesprochen, soweit ich das jetzt sehe zumindest. Ich hoffe, das mit dem hohen Gewinnausweis kommt dran, Alter. Also genau, ihr könnt euch ja merken, das war ja immer so, gerade bei Herstellungskosten, ne. Hoher Gewinnausweis heißt hohe Herstellungskosten und niedriger Gewinnausweis heißt niedrige Herstellungskosten. Beispiel so. Und jetzt fällt mir noch eine Sache, also ich hoffe, ist das klar geworden, Max? Ja, das war nochmal auf jeden Fall hilfreich. Sehr gut. Top. Und jetzt frage ich euch mal was und zwar heißt es ja oder wird das, diese Frage kommt safe dran, ja. Wie verhält sich oder was ist, wenn ich das LIFO-Verfahren anwende, in Zeiten steigender Preise? Das ist Verbuch, also es ist Verbuch ein hoher Materialaufwand. Kannst du, ja erklär's mal. Also sagen wir mal, wir machen LIFO und jetzt steigen die Preise. Ja. Weil ich wette, wir werden niemals so ein Ding durchrechnen müssen, weil das viel zu billig wäre, sondern es kommt so eine Frage dazu. Die kam, glaube ich, die letzten Jahre immer dran, ob sie jetzt mit LIFO oder FIFO war, aber die kam immer dran. Sie kam, glaube ich, sogar einmal mit dem gewogenen Durchschnitt dran. Deswegen möchte ich die drei nochmal erklären, was dann überhaupt passiert bei steigenden Preisen. Ja, das wollte ich dir auch nochmal fragen, das habe ich auch gesehen. Ich habe nur gemerkt, Verbuchung hoher Materialverbrauch. Ja, was ich noch weiß, ist, der Aufwand ist, der Aufwand der Periode, oder die Verbuchung ist der Aufwand der Periode und das vermindert halt den Jahresabschluss in voller Höhe. Durch die Auswahl der Bewertungsmethoden kann der Bilanz hier in der Bilanzpolitisch die Höhe des Jahresabschlusses beeinflussen. wenn du das hinschreibst, merkt man halt, dass du auswendig gelernt hast, aber verstehst nicht wirklich, was das heißt. Hätte ich dir von der Punkt dafür gekostet? Das glaube ich nicht, nee. Scheiße. Weil man halt merkt, dass du es nicht verstanden hast. Aber ich hoffe, trotzdem korrekt gesagt. Wir können es ja nochmal abgleichen mit dem, was ich erkläre. Ich glaube, bei LIFO ist es nicht so, dass man dann irgendwie stille Reserven bildet und bei PIFO irgendwie stille Lasten, also bei steigenden Preisen. Ah, ja. Was heißt das denn? Also ich weiß, also zum Beispiel, wenn wir jetzt vom LIFO ausgehen, sondern das steigende Preise und last in, first out, heißt ja, dass die teureren Waren gleich wieder rausgehen. Das heißt, richtig. Dann werden nicht die teureren bewertet, sondern die alten Waren zu den günstigeren Preisen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also du bist auf dem richtigen Weg. Ja, genau. Das will ich schon geil erklären. Ja. Also das Ding ist, LIFO last in, first out. Das heißt ja immer, das, was ich zuletzt produziere, haue ich als erstes auch wieder raus. So. Wenn jetzt die Preise steigen, heißt es ja, ich haue das teure Zeug mit den höheren Preisen und Preise heißt ja, welche Preise zahle ich. Das ist damit gemeint. Nicht, welche Preise zahlt mein Kunde. Welche Preise zahle ich. Ja, das heißt das. So, wenn ich jetzt das Zeug, was für mich teurer war, zuerst raushaue, heißt es ja, ich habe das Zeug, was ich mit niedrigeren Preisen im Lager aktiviert habe, also was ich mit niedrigen Preisen aktiviert habe, noch im Lager. Jetzt sind aber die Preise für dieses Gut ja heute deutlich höher als die, was ich jetzt im Lager noch aktiviert habe. Ja. Ja. Das heißt ja irgendwie, das Zeug ist eigentlich mehr wert, als meine Bilanz ausweist. Ja. Weil die Preise ja eigentlich höher sind. Und das heißt, ich habe stille Reserven. Ja. Weil das ist, das ist, ich habe irgendwie mehr Geld im Lager, als ich ausweise. Ja. Ich habe noch die niedrigeren Preise angesetzt, aber eigentlich sind die Preise ja höher, deswegen ist das mehr wert. Ja. Und das heißt, da ist irgendwie eine Differenz, die aber buchhalterisch nicht erfasst ist. Und das ist eine stille Reserve. Ja. Also grob zusammengefasst, wenn man es sagen kann, ist, bei steigenden Preisen, bei LIFO hast du ja Last in, First out, das teurere Zeug, was du selbst gekauft hast, wird zuerst rausgeschmissen. Aber das Zeug, was du mit niedrigerem Preis gekauft hast, bevor die Preise teurer wurden, hast du ja noch im Lager. Genau. Und aufgrund des hohen Preises sind die viel mehr wert als davor. Und diese Differenz ist halt die stille Reserve. Genau. Richtig. Oh, okay. Genau. Das meint man mit stillen Reserven. Also ich habe eigentlich mehr Geld im Lager liegen, als ich ausweise. Ja. Deswegen stille Reserve. Also ich habe mehr Geld, als meine Bilanz zeigt, wenn man es so sieht. ne? So. Und, äh, das heißt... Ist das dann Kifu dann umgekehrt? Ja, ja, wir gucken noch. Was, 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 was heißt das denn jetzt vielleicht für meine Gewinne oder für meinen Aufwand, den ich habe? Habe ich jetzt einen höheren Aufwand oder niedrigeren Aufwand? Ich hätte gesagt hören, weil du hast ja das Geld im Lager und du aktivierst es nicht. Richtig. Würde ich auch sagen. Also man hat hier irgendwie einen höheren Aufwand, ja? Der Aufwand ist relativ hoch und das schmälert meine Gewinne. Weil ja irgendwie stille Reserven im Lager liegen, die ich ja gar nicht mit berücksichtige, buchhalterisch, ne? Und dieser Umstand schmälert meinen Gewinn. Das heißt irgendwie, mein Aufwand ist höher, als er sein müsste. Ja? Verstanden? Ja. Wie sieht es jetzt mit fallenden Preisen aus bei LIFO? Preise fallen. Wie sieht es denn jetzt aus? Einer, aber... Das heißt doch, dass du... Aber ist es nicht so, dass du das ins billige Zeug zuerst raushaust? Mhm. Ja. Das heißt, das Zeug, was du mit viel mehr Geld gekauft hast, ist noch im Lager. Richtig. Das heißt, du hast keine stille Reserve mehr, sondern du hast, ähm... Ja, niedrige Garn auf. Ja, niedrige Garn auf. Also du hast niedrige Garn auf. Eine Last dann. Ich habe eine stille Last, auf jeden Fall. Ja? Weil ich habe ja jetzt das Zeug, die Preise fallen, was billiger ist, LIFO, haue ich zuerst wieder raus. Äh, nicht stille Reserven, sondern stille Lasten. Ja? Und das heißt, das Zeug, was jetzt bei mir im Lager liegt, ist zu einem höheren Preis aktiviert, als es ja heute bei fallenden Preisen wert ist. Dann hast du auch einen Verlust. Das heißt, mein Bestand ist überbewertet. Ja? Der ist zu höheren Preisen bewertet, als es eigentlich wert ist. Und das heißt, ich habe eigentlich weniger Geld im Lager liegen, als ich denke. Und das heißt, ich habe eine stille Last. Ja? Und was heißt das für meinen Aufwand und für meinen Gewinn? Ich weiß nicht. Das klingt irgendwie logisch für mich, wenn der Gewinn auch niedrig ist. Wenn es überbewertet ist, oder? Ja, es ist überbewertet. Ich habe eine stille Last. Ich habe also mehr, ich habe also weniger, äh, Geld im Lager, als ich denke. So, und da ich jetzt aber zu billigen Preisen rausgehauen habe, ist mein Aufwand dementsprechend auch nicht so groß. Und meine Gewinne sind höher, als sie eigentlich wären. Stimmt. Das heißt, Aufwand wäre hier relativ niedrig und damit der Gewinn relativ hoch. Auch wenn man denkt, okay, irgendwie stille Lasten, das schmälert ja eigentlich meinen Gewinn und so weiter. Ja, eigentlich, aber es wird ja nicht ausgewiesen. Ja? So, das heißt, wir haben, da wir das billige Zeug zuerst verkauft haben und das teure Zeug noch im Lager haben, aber selbst nicht wissen, dass es überbewertet ist, haben wir halt einen höheren Gewinn, weil wir, weil einfach wie einen geringeren Aufwand hatten, das billige Zeug zu verkaufen. Richtig, genau so ist es. Okay. Ja. Also, wenn man einmal dahinter geblickt hat, geht's mit dem Verständnis, gell? Ja. Ist gar nicht so. So, okay, jetzt gucken wir uns FIFO an. Wie ist bei FIFO? Ich mach das so ausführlich, weil ich davon ausgehe, dass das safe in der Klausur drankommt. Ach, dann haben wir das nicht vorher gemacht. Sehr gut. So. Jetzt haben wir First in, First out. Das heißt, das Zeug, was ich zuerst produziere, geht auch als erstes raus. Und jetzt steigen meine Preise. Was passiert? Heißt auch, die billigen gehen zuerst raus. Äh. Die billigen gehen zuerst raus. Richtig. Und das heißt, im Umkehrschluss, das teurere Zeug bleibt im Lager. Ist ja nicht wieder eine stille Reserve. Stille Reserve? Ist eher eine stille Last, ne? Eine stille Last, meine ich. Stimmt, weil es ja überbewertet ist und dann hast du mehr Geld, als du dachtest und deswegen hast du einen höheren Gewinn, aber einen niedrigeren Aufwand. Ja. Also, ich hau das Zeug, das billige Zeug zuerst raus. Die Preise steigen ja. So. Das heißt, das teurere Zeug bleibt im Lager zurück. Ja. Und, äh. Genau. Das heißt ja, ich hab irgendwie Zeug verkauft, was, also ich hab's zu billig verkauft irgendwie, ne? Weil die Preise sind ja mittlerweile deutlich höher. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich eine stille Last habe. Ja? Ja. Das heißt, auch hier, das Zeug ist, ist das jetzt über oder unterbewertet? Stille Last heißt, dass ich das überbewertet habe. Das ist überbewertet, ne? Das heißt, Aufwand ist doch niedrig. Genau, die Aufwendungen sind wieder niedrig. Und der Gewinn ist hoch. Und der Gewinn ist relativ hoch, deswegen. Aber versuchen wir uns das, bei LIFO war es irgendwie klarer, fand ich, ne? LIFO war Last in, First out, jetzt fallen die Preise, ich hab teures Zeug im Lager, ich verkaufe billiges, was ich grad produziert hab. So. Das heißt irgendwie, die Preise sind jetzt niedrig, früher waren sie hoch, das heißt, das, was ich aktiviert hab, passt irgendwie nicht mehr so richtig vom Preis her. So. Ja. Wie haben wir es jetzt gemacht? Wir haben es jetzt hier bei FIFO. Wir verkaufen also das, was wir zuerst billig aktiviert haben. Ja. Verkaufen wir, ja. Während die Preise aber heute besonders hoch sind, ja. Ja. Das heißt, das Zeug, was ich jetzt noch im Lager hab, ist also höher überbewertet, im Gegensatz zu dem, was ich verkauft hab. Ja. und das bildet eben diese stille Last. Und daraus resultiert einfach, dass mein Aufwand äh, relativ gering ist und meine Gewinne daher relativ hoch, weil ich ja diese stille Last nicht berücksichtige. Okay. Jo. Wie sieht's jetzt bei FIFO und fallenden Preisen aus? Fallender Preis, das, was zuerst gekommen ist, wird auch zuerst ausgeglichen. Jetzt fallen meine Preise und jetzt nehm ich also das, was, was zuerst ich relativ teuer im Lager hab, nehm ich und verkauf's als erstes. Ja, das teure Zeug geht zuerst raus, aber das billige passt noch im Lager. Ja. Ist es da nicht unterbewertet? Das Zeug? Ja. Glaube schon. Stille Reserve? Stille Reserve. Also auch hier muss ich nochmal überlegen, FIFO, das, was ich teuer, vorher teuer eingekauft hab oder produziert hab, verkaufe ich jetzt und das, was ich jetzt aber noch im Lager hab, ist zu einem niedrigeren Preis angesetzt. Das heißt, ich hab aber ist das da nicht die stille Last? Jetzt bin ich selber ein bisschen durcheinander. Das ergibt aber gar keinen Sinn. Ja, jetzt überlege ich selber gerade. Warte kurz. Ich guck nochmal schnell nach, bevor ich jetzt hier Bullshit erzähle. Weil ich dachte, wenn der Preis fällt, dann verkaufst du ja das, was teurer ist. Ja, warte, ich schau grad zu. Zuerst. Und das, was du erhöhst, das, was du verkaufst, verkaufst du ja immer danach. Bei FIFO ist es ein bisschen schwerer, da habe ich das Gefühl. Zeiten steigender Preise für das FIFO-Verfahren zu einem zu niedrigen Aufwand und zu einer tendenziell überhöhten Bewertung des Vorratsvermögens. Bei steigenden Preisen. Die Bildung stiller Reserven bei steigenden Preisen ist beim FIFO-Verfahren nicht möglich. Ja, dann sind es stille Lasten. Nee, stimmt schon. Stimmt schon. Wir müssen uns nur vorstellen, warum. Also nochmal Preise steigen. Das heißt, das Zeug, was im Lager bleibt, ist teurer als das, was ich verkauft habe. Ja. So. Das heißt, ich habe billig verkauft quasi und das teure Zeug aber im Lager gelassen. Ja, du hast mehr Geld im Lager, als du. Das heißt, ich habe mehr Geld im Lager, als ich eigentlich haben dürfte und das heißt, ich habe eine stille Last. Ja, Aufwand niedrig und Gewinn hoch. Ah, nee. Genau. Und bei Preisen, bei FIFO, FIFO und Preise steigen. So, wenn ich jetzt habe FIFO und die Preise fallen, dann heißt das ja, ich hau das teure Zeug raus, ich habe teuer verkauft, aber billig im Lager. Das heißt, ich habe weniger Geld im Lager, als ich eigentlich haben müsste. Ja, aber dann wäre das doch die stille Last. Hä? Oh, verwirrend. Jetzt bin ich selber hart durcheinander, ja. Ja, ich auch. Ich bin verwirrend. Also, gucken wir uns nochmal LIFO an, weil das muss klar sein eigentlich. LIFO hat voll Sinn ergeben. Nur FIFO struggle ich jetzt irgendwie ein bisschen. So, last in, first out. Jetzt steigen die Preise. Das heißt, ich verkaufe das teure Zeug, ja. Ja. Und das billige bleibt im Lager. Die Preise sind jetzt aktuell, aber hoch. Das heißt, ja, ich habe Zeug im Lager, was billig aktiviert wurde, aber jetzt werden die Preise viel höher. Das heißt, ich habe Zeug im Lager, was, was, viel höher bewertet sein müsste. Und deswegen habe ich eine stille Reserve, weil ich diesem, was ich im Lager habe, eigentlich einen viel höheren Wert zuschreiben könnte. So, wie sieht es bei FIFO und fallenden Preisen aus? Das heißt, ich habe Zeug billig, also teuer, ich habe es teuer rausgehauen, ja. Aber es ist genau dieselbe Argumentation. Ich habe es teuer rausgehauen, ja. Jetzt sind die Preise teuer, aber damals, das ganze günstige Zeug liegt jetzt noch im Lager. Das heißt, heute sind die Preise teuer, aber das Zeug, was ich im Lager habe, habe ich zu günstig aktiviert. Damals. Ne, heute. Heute zu günstig aktiviert. Damals war es teurer. Das teure Zeug verkaufe ich. Das billige bleibt im Lager. Das heißt, also auch hier, hm, kann man da wirklich von einer stillen Reserve reden? Hast bei LIFO, bei steigendem Preis, hast du, bei LIFO steigendem Preis, hast du stille Reserve. Da hast du gesagt, höherer Aufwand und das schmiedert den Gewinn. Ja, die Frage ist, kannst du das als stille Reserve, weil, bei FIFO, weil, du hast ja das teure Zeug verkauft und jetzt hast du das billige Zeug im Lager liegen. Ja. Und, aber das Zeug, aber die Preise fallen ja. Das heißt, das Zeug ist jetzt nicht irgendwie, ähm, so bewertet. Also, ne, also die Preise fallen ja. Das heißt, das Zeug, im Mehrwert, als das der Preis ist. Du hast es ja zu einem aktuellen Preis gekauft, aber jetzt fallen doch die Preise. Das heißt, der Wert ist und, überhaupt des fallenden Preises. Muss eigentlich so sein. Ja gut, also ich hab das bei FIFO, ich hab das teure Zeug rausgehauen. So, die Preise sind gefallen, alles, was ich danach produziert hab, bleibt im Lager. Ja. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn die, wenn die Preise steigen und ich hab aber billiges Zeug im Lager, heißt das, okay, ich hab eigentlich mehr Geld im Lager liegen, als, also, beziehungsweise, ich hab weniger Geld im Lager liegen, als, als ich eigentlich haben könnte. Da wär's dann irgendwie unterbewertet und dann hab ich stille Reserven. Aber hier ist es ja so, dass der Preis fällt. Und jetzt hab ich aber Zeug im Lager liegen, ja, wo die, wo die Preise ja jetzt nicht mehr zunehmen, sondern dauerhaft weiterhin abnehmen. Und deswegen kann das eigentlich keine stille Reserve sein, sondern eigentlich muss das auch eine stille Last sein. Was sagt das Internet? Ja, was sagt das Internet? Die Bildung stiller Reserven bei steigenden Preisen ist beim FIFO-Verfahren nicht möglich. Aber wie ist das denn bei fallenden Preisen? Tja, ja, also FIFO und fallende Preise. Gucken wir mal in dem Fall. Gucken wir mal, was das Wirtschaftslexikon sagt. Ich bin so müde, ich könnte so gerne einen Mittagsschlägen machen. Die FIFO-Methode wird insbesondere bei sinkenden Preisen angewandt. Bei steigenden Preisen verstößt dieses Verfahren gegen das Niederstwertprinzip in der Bilanzrechnung. Ja. Das wusste ich nicht. Die Frage ist, warum? Weil das wird hier jetzt wieder nicht erklärt. Wie kann es einfach als gegeben hinden? Darf das FIFO-Verfahren nur bei sinkenden Preisen angewendet werden, da bei steigenden Preisen ein Verstoß gegen das Niederstwertprinzip vorlegen würde? Also First In, First Out bei steigenden Preisen. Geht gar nicht. Das überlegen wir uns wieder. Also das heißt, bei steigenden Preisen kein FIFO verwenden. Das verstößt gegen das Niederstwertprinzip. Das ist ja der niedrigerer Wert. Ja, aber warum? Das verstehe ich schon wieder nicht. Warum? Weil wir vielleicht uns im Umlaufvermögen befinden. Vielleicht Umlaufvermögen? Ich weiß es nicht. Preisen steigen. So, das heißt, ich verkaufe das billigere Zeug, aber lass das teurere. Ja gut. Das, ja, das ist irgendwie kacke. Das ist klar. Das, also bei FIFO finde ich es echt krass schwer. Bei LIFO war das klar, aber bei FIFO ist es krass schwer. Man hat ja dann auch noch dieses Durchschnittsverfahren, das erinnert sich ja dann auch nochmal, ne, bei steigenden und fallenden Preisen irgendwie. Auch nicht das Durchschnittsverfahren. Ich weiß, wie man das Durchschnittsverfahren mittlerweile verwendet durch die Definition, Alter. Das war so lustig. Ich weiß nur, wie man es rechnet. aber jetzt sonst, keine Ahnung. Ich weiß auch, wie man es rechnet. Ich hab's, wir mussten es ja rechnen. Ich konnte es halt nur rechnen, weil ich die Definition auswendig gelernt habe. Ja, die kann ich jetzt nicht. Bild einen Durchschnittspreis und auch die, ja, durch die, durch die Bildung und durch den Anfangsbestand und die neu hinzukommenden Liefermengen entfalten und ist Preise, addiert die und teilt durch den Anfangsbestand und die sinkende Preise sorgen für einen niedrigeren Ausweis. Statt mit Bewertung der höheren Beschaffungspreise bewerte das FIFO-Verfahren die Waren mit den gesunkenen Preisen. Hey Mike. Jetzt bin ich selber, also bei FIFO bin ich total durcheinander, kein Plan. Ja, ich verstehe es auch nicht. sorry. Hey Mike. Ja. Die anderen schreiben gerade Dings Pema. Pema? Ach, heute ist das. Heute ist Pema, ja. Ach so, Leute, ich dachte, wir hätten das nächste Woche. Lass uns noch einmal ganz kurz das Ding logisch durchgehen. Wir versuchen es jetzt zu erklären, was passiert. Also, first in, first out. Das, was wir zuerst produzieren, verkaufen wir als erstes. So, jetzt steigen die Preise. Das heißt, ich verkaufe zu einem niedrigeren Preis, als ich eigentlich verkaufen dürfte. Weil die Preise steigen ja, ne? Und das, ja gut, das ist irgendwie blöd, weil da mache ich ja Verlust. Deswegen verstößt das gegen das Niederstwert-Prinzip. Ja. Aber was passiert dann? Was passiert mit dem, was ich im Lager habe? Ist das dann über- oder unterbewertet? Die Preise steigen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Bei FIFO ergibt das alles Sinn, aber bei FIFO überhaupt nicht. Oh, nö. Das heißt, das Zeug, was noch im Lager ist, ist höher bewertet als das Zeug, was ich verkauft habe. Und dadurch ist es überbewertet, und damit eine stille Last. Bist beim Durchschnittshifern? Ja, es müsste trotzdem, es müsste eine stille Last sein, tatsächlich. Wie ist das jetzt bei fallenden Preisen? So, First in, First out. Das heißt, ich habe teuer verkauft und jetzt billig Zeug im Lager für niedrigere Preise. Das heißt, ich habe ja einen ordentlichen Gewinn gemacht. Das Zeug ist jetzt billiger bewertet, als ich verkauft habe, deswegen stille Reserve. Aber hier wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil das ist irgendwie gar nicht intuitiv. Ja, machen wir mal weiter beim gewogenen Durchschnitt, damit wir uns jetzt nicht so lange daran, ich meine jetzt um die Zeit, so kurz vor der Klausur, lernen wir eh nichts Neues mehr. Wie sieht es beim gewogenen Durchschnitt aus? Was würdet ihr sagen? Ja, nein. Ich weiß, wie man den Durchschnittspreis bestimmt. Wie ist das jetzt, wenn die Preise steigen? Also, wenn die Preise steigen, ich kann ja mal vorlesen, was ich dazu gefunden habe, weil ich wusste es erst auch nicht. Ein erheblicher Nachteil dieser Methode ist die Tatsache, dass auch bei einer vollständigen Lagerräume ein Durchschnittswert existiert. Dieser Effekt entsteht dadurch, dass rechnerisch die Entnahmen aus dem Lager auch aus jenen Zugängen erfolgen, die nach der Entnahme liegen. Weil die Zugänge werden ja in den Durchschnittspreis mit einkalkuliert. Ja. Letztendlich bedeutet dies, dass sich der Einfluss weit zurückliegender Einstandspreise verhältnismäßig lange auswirkt. In Zeiten steigender Preise führt dies zu einer tendenziell niedrigeren Bewertung des Vorratsvermögens und zu einer Erhöhung des Periodenaufwands gegenüber einer direkten Einzelbewertung. Das heißt ja eigentlich, dass ich mein Vermögen niedriger bewerte, als es eigentlich ist. Das heißt, auch hier bilden wir stille Reserven. Und im Umkehrschluss muss das dann heißen, wenn die Preise fallen, wirken quasi die Einstandspreise sehr lange nach, die teureren Einstandspreise. Ja. Das heißt, ich bewerte mein mein Vorratsbestand höher, als er eigentlich ist und damit habe ich stille Lasten. Hier gibt es wieder total Sinn. Also das Einzige ist wirklich nur bei FIFO, wo man ein bisschen denkt, so, wie ist das da? Ja. Deswegen wird LIFO häufiger abgeflaggt als bei FIFO. Hoffentlich, weil FIFO finde ich schon unklar, was da zu tun ist. Also, wie gesagt, bei hier, bei FIFO und LIFO wäre ich mit stille Last und stille Reserve vorsichtig. Habt das auch nicht einen Bug vor? Letztes Semester schon ziemlich. Kannst ja mal in deinen Unterlagen gucken, ob noch was da zu tun ist. Ach, das kam davor. Es kam auch so etwas Ähnliches. Ja, ja. Also, man kann sich bei LIFO und gewogenem Durchschnitt das auf jeden Fall merken, weil das ist gleich, ne? Die Wirkung ist dieselbe. Bei steigenden Preisen bilden wir stille Reserven, bei fallenden Preisen bilden wir stille Lasten. Ja? Ja. Gut. Weil ich gehe schon davon aus, dass so eine Frage kommen wird. Die kam nämlich in letzter Zeit irgendwie sehr häufig. Okay. Gibt es weitere Fragen? Ich habe nur noch mal eine kleine Frage zum Geschäfts- oder Firmenwert, was man quasi damit einrechnen darf. Ja. Da war nämlich einmal das Thema, glaube ich, mit Patenten und Know-how und in der Übung haben wir Patenten wurden halt reingenommen und Know-how nicht. Ja. Und es ist bei Patenten, aber nicht, bei Patente darfst du aber doch nur nehmen, wenn du die, glaube ich, Derivativ kaufst, ne? Ja, genau. Weil das Entgelt schon auch... Genau, und Know-how geht so oder so gar nicht rein. Das hast du nicht selbst, der Entgelt, das hast du ja und Dings. Derivativ ist nicht, das ist ja originär. Man kann, man kann es auch so, so erklären, dass wir, wie wird der Goodwill berechnet, gezahlter Kaufpreis minus erworbener Vermögensgegenstände zum Fair Value plus Schulden zum Fair Value, ne? Ja, ja. So. Und das heißt, hier geht es um erworbene Vermögensgegenstände. Das heißt, man muss gucken, was ist ein Vermögensgegenstand? Ein Patent ist ein Recht und damit auf jeden Fall ein Vermögensgegenstand. Ja? Deswegen ist es zuzurechnen. Ja? Ist ein erworbener Vermögensgegenstand. Mitarbeiter-Know-how ist kein Vermögensgegenstand, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass Mitarbeiter-Know-how nicht greifbar ist. Ja? Und wahrscheinlich auch nicht unbedingt selbstständig bewertbar. Deswegen ist Mitarbeiter-Know-how kein Vermögensgegenstand, also können wir es natürlich auch nicht zu den erworbenen Vermögensgegenständen zählen. Alles klar. Okay, perfekt. Okay, weitere Fragen oder sind wir schon durch? Dann nur noch auch wieder noch eine kleine eine kleine bei diesem wie hieß das jetzt nochmal mit wo du Einzelpreis Herstellkosten glaube ich berechnest oder Anschaffungskosten. Ja. Da darfst du auch einige Sachen nicht benutzen, zum Beispiel Finanzierung, allgemeine Finanzierung darfst du ja nicht mit ansetzen. Bei den Herstellungskosten, ja richtig. Genau, bei den Herstellungs- und bei den Anschaffungskosten schon. Ähm, nee. Nee, bei den Anschaffungskosten gibt es keine Finanzierungskosten. Da gibt es ja gar nicht. Anschaffungskosten sind nur Anschaffungspreis minus Anschaffungspreisminderung plus Anschaffungsnebenkosten plus nachträglich Anschaffungskosten. Da gibt es nichts. Also Finanzierung von Anschaffungen sind da glaube ich generell gar nicht mit anzusetzen. Da darfst du Okay, dann war das bei den Herstellkosten und da gab es ja auch noch diese Regelung, wenn du das irgendwie, aber wenn die Finanzierung dann doch nur für das eine Ding bestimmt ist, dann gab es das aber, machst du es doch mit rein oder so. Ja, soweit es dem Herstellkosten-Zeit entspricht. Ja, genau. Das war ja die eine Aufgabe aus der Probeklausur zum Beispiel. Da hatten wir ja für die Uhren wurde ein Kredit aufgenommen, für die Herstellung der Uhren wurde ein Kredit aufgenommen. Also präzise für die Herstellung der Uhren. Und wir haben gesagt, das waren irgendwie 150 Euro pro Uhr und die Zinsen auf diesen Kredit sind 10%. Und da wir ja wirklich präzise für die Herstellung dieser Uhren diesen Kredit aufnehmen und nicht zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung, dann ist der natürlich den Herstellungskosten oder die Zinsen davon sind den Herstellungskosten zuzurechnen. Ja, bei allgemeiner Finanzierung, wenn wir jetzt uns ein neues Unternehmensgebäude finanziert hätten, ja gut, das ist ja dem Produkt auch nicht einzeln zurechenbar. Ja, deswegen zählt es dann nicht. Genau. Gut. Gut. Sonst noch Fragen oder war es das? Das war es. Das war es. Ich habe meine letzte Frage, ich wollte nur mal fragen, was genau diese retrograde Methode ist, aber mehr habe ich dann nicht. Die retrograde Methode, mit der kannst du die außerplanmäßige Abschreibung von Umlaufvermögen bestimmen. Ja. Ich muss mal überlegen, ob ich es noch zusammenbekomme. Also retrograde Methode, also da geht es genau um außerplanmäßige Abschreibung von Umlaufvermögen. Ja. Zum Beispiel, ja, wenn Vorräte tatsächlich irgendwie dauerhaft an Wert verlieren, warum auch immer. Dann habe ich Verkaufserlöse. Ja. Minus Erlösschmälerung. Ja. Minus Fracht oder Transportkosten. Ist das nicht Verpackungskosten und Ausgangsfrachten? Ich glaube, die kommen jetzt auch noch oder so, ne? Minus Verpackung. Du hast noch allgemeine Vertriebskosten. Minus allgemeine Vertriebskosten. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Ich bin heute das durchgegangen. Und du hast Finanzierung, Fremdkapital, Verlagerung bis Verkauf. Minus Fremdkapital, Finanzierung. Alter, ey. Verlagerung bis zu Verkauf. Dann hast du die Ermittlung des beizulegenden Wertes. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du Erlösschmüderung abziehst, dass es Verpackungskosten und Ausgangsfrachten ist. Es ist nicht beides separat oder so. Naja, gut, okay. Also könnte ja sein, dass es verschiedene Kosten sind. Aber bin mir jetzt... Können wir nochmal nachschauen. Ja, ich schaue auch gerade nochmal nach, ob wir es so so hinkriegen. So, Retro. Hier haben wir es schon. Verkaufserlös, Minus Erlös, Schmälerung, Minus Verpackungskosten und Ausgangsfrachten, Minus allgemeine Vertriebskosten, Minus Fremdkapitalkosten für Lagerung bis zum Verkauf. Ja, Sadi hat recht. Ich glaube in den Übungen, da kann man immer nur dran und mit minus eine Sache, so Verpackung oder so. Da haben die überhaupt nicht so miese gemacht. Das kann sein, ja. Weil, Alter, wenn ich jetzt dieses Thema hier sehe, hoffe ich nicht. Diese vier Dinge. Erlösschmälerung, also Verkaufserlöse, Minus Erlösschmälerung, Minus Fracht oder Verpackungskosten, Minus Allgemeine, Allgemeine Vertriebskosten, Minus Fremdkapitalfinanzierung für Lagerung bis zum Verkauf. Dann haben wir den, aber dann haben wir nicht den Abschreibungsbetrag, sondern den beizulegenden Wert, also den Wert nach der Abschreibung. da ziehst du die Herstellkosten ab. Auch ganz wichtig, ja, beizulegenden Wert. Ja, davon Herstellkosten abziehen, dann hast du die Abschreibung. Genau, dann guckst du, was hat es eine Herstellung gekostet, wie hoch ist der Wert jetzt also heute noch und das schreibst halt außerplanmäßig ab. Genau. Du ziehst die Differenz davon. Okay. Das ist ja eine Aufgabe. Mit Baumwolle und so oder mit Riegel. Ja, das war mit den Riegel, dass sie halt so irgendwie weiße Schokolade mit Minzgeschmack oder Zahnpastegeschmack, was weiß ich was. Zahnpastegeschmack. Ich weiß nicht mehr, irgendeinem komischen Geschmack, ne? Und die waren halt nicht mehr gut, also die konntest du halt nicht mehr zu dem Preis verkaufen, den du wolltest, sondern musstest Abschlag machen und sonstiges. Genau, dann hast du die Herstellkosten minus hier diesen beizulegenden Wert gemacht und hat es dann den Abschreibungsbetrag gemacht. Da musst du noch den Buchungssatz ausnahmsmäßige Abschreibung an Vorräte oder sowas. Richtig, so ist das. Ah, okay, perfekt, dann ist mir jetzt klar geworden, nice. Oh, wie viel, ey, wie viel Wissen wir einfach im Kopf haben, ey, das muss belohnt werden. Ja, aber das ist gut, das ist gut, weil das zeigt, dass man für die Klausur vielleicht doch besser vorbereitet ist, als man denkt. Ja, aber wir müssen auch belohnt werden, hoffentlich machen sie so eine nette, was heißt nett, aber so eine machbare Klausur. Also, ich mache mir, wie vor jeder Klausur. Nee, aber haben Sie. Ich wollte nur sagen, ich mache mir da wie bei vor allen Klausuren gar keinen Kopf, weil wenn es so ist, dann kann man es eh nicht mehr ändern. Also, wird schon klappen. Aber habt ihr dieses Gedankenprotokoll von letztes Semester? Ich habe mich nicht vor uns. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich doch hier und da ein paar Fragen hätte beantworten können. Ja, ein paar, genau, aber da war irgendwie was mit Corona-Dingens auf den Jahresabschluss und so, du weißt, was ich meine. Ja, naja, gut, da können wir, ja, lass uns doch überlegen, was, was, also die Frage war, glaube ich, genau, wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Jahresabschluss ausgewirkt, ja, was könnten Auswirkungen gewesen sein? Das ist eine ziemlich offene Frage, muss man sagen, was, was könnte, wie könnte sich denn Corona ausgewirkt haben auf den Jahresabschluss? Was habt ihr für Ideen? Man muss einfach seine Ideen hinschreiben. Also, Steueränderung. Ja, ja, durch Steuern, okay, was, also, was ja passiert ist, ist vielleicht, also, ich schreibe, ich kann es mal aufschreiben, das ist ein sehr guter Punkt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, Auswirkungen. Genau, die Mehrwertsteuer wurde ja gesenkt bei manchen Produkten und so, um die Kaufkraft zu erhöhen. Auswirkungen von Corona auf den Jahresabschluss, ja, da kannst du wahrscheinlich eine ganze Bachelorarbeit drüber schreiben heutzutage, ja. Stimmt. Mit Sicherheit, ja. Ja, also, es gab Steuerentlastungen, ja. So, was, was heißt es für unseren Jahresabschluss, wenn vielleicht Steuern entlast, also, wenn es Steuerentlastungen gab, was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass ich eventuell dadurch meine Gewinne steigern konnte. Ja, genau. Mehr Produkte verkaufen. Ja, vielleicht auch, genau, höherer Umsatz, ja. Höherer Umsatz und das würde ja heißen, also bei gleichen Kosten wohlgemerkt, ne, höherer Gewinnausweis. Sehr guter Punkt, ja, mit der Steuer. Ja. Was vielleicht noch, noch eine Idee? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Kurzarbeit im Kurs. Kurzarbeit, ja, okay. Hat nichts damit zu tun, finde ich. Ja, naja, was, was, was ist, also, was waren die Konsequenzen von Kurzarbeit? Dass du deine Mitarbeiter nicht entlassen musstest komplett. Ja, okay, aber vor allen Dingen hast du Kosten eingespart, ne? Stimmt, damit du nicht insolvenz gehst. Also vielleicht Kurzarbeit, ja, das hatte zur Folge, dass du Kosten einsparen kannst, also Kosteneinsparungen. Und auch das, naja gut, zu höherem Gewinnausweis vielleicht nicht unbedingt, ja, aber das entlastet mit Sicherheit die Bilanz, ja. Ja, du kannst vielleicht nicht so viel, hast vielleicht nicht so viel Schulden, ja, weil das ist es ja, wären ja, also, ne, Gehalt, es sind ja dauerhafte Verbindlichkeiten, wenn man so will, ne? Gehalts eins, ne, Kosteneinsparungen, Entlastung der Bilanz, würde ich schon sagen, ne? Also, man kann schon was dazu sagen, ja, so ist es nicht, man muss nur ein bisschen überlegen, vielleicht. Ja, aber wenn man die Frage so, wenn man vom Kopf geknallt bekommt in der Klausur, so, und man denkt, nee, das hat mir jetzt nicht eigentlich mehr. Ja, man darf sich keinen Stress machen, sondern man muss einfach logisch überlegen, so, was noch? Wir überlegen mal, was ist denn im Jahresabschluss alles drin? Da haben wir eine Bilanz, da haben wir eine GUV, da haben wir einen Anhang, ja, und zusätzlich hätten wir noch einen Lagebericht, aber der gehört ja eigentlich zum Jahresabschluss nicht dazu. Ich hätte noch eine Idee. Ja, bitte. Zum Beispiel, Änderung der, so eine Änderung der Verbrauchsfolgeverfahren zum Beispiel, also, also, wie vor wie vor wie vor wie vor wie so ein Umstieg, weil vielleicht hast du halt jetzt viel mehr im Lager oder so auf einmal. Das Problem ist, genau, dass du das nicht einfach so machen darfst, Stetigkeitsprinzip, nur bei gesetzlichen Änderungen und ich glaube, da gab es jetzt durch Corona aber keine. Ja. Ah, okay, ja. Aber dann kannst du ja Bilanzpolitik betreiben, das geht nicht. Ja, aber vielleicht war ja trotzdem aufgrund von Corona irgendwo eine Bilanzpolitik möglich. Wir müssen uns mal überlegen, wo das vielleicht möglich wäre. Kann man vielleicht an den Schulden noch was drehen? Hätte man da vielleicht noch was drehen? Also, ich habe jetzt keine Idee, ich überlege einfach, mache einfach so ein Brainstorming. Könnte man an den Schulden vielleicht noch irgendwo was drehen? Ja. Man könnte vielleicht sagen, Corona berechtigt oder liefert ein Argument, liefert ein Argument, Rückstellungen zu kürzen. Was meinst du damit? Kannst du es bitte mehr erläutern? Ja. Also vielleicht haben wir bislang ja immer für Reklamationen und sowieso für Pensionen und so weiter, haben wir Rückstellungen gebildet. Ja. Weil wir immer gesagt haben, hey, unsere Ware, ja, da wird irgendwie pro Jahr immer 0,5 Prozent reklamiert. Wir bilden einfach mal eine Pauschalrückstellung. Ja. Und jetzt können wir aber sagen, oh, Corona, puh, sowieso schwierige Wirtschaftslage. Wir machen das jetzt aus, wir machen das jetzt nicht mehr. Ja. Weil wir, wir müssen gucken, dass wir eine möglichst gute Bilanz ausweisen. Ja. Schwierige wirtschaftliche Lage. Möglicherweise, weil die Leute auch nicht mehr so viel kaufen, ja, wird automatisch auch nicht mehr so viel reklamiert. Deswegen brauchen wir automatisch nicht mehr so viel zurückzustellen. Aber was ist mit den ganzen Online-Diensten, die wurden hier bombardiert vor Anfragen? Ja gut, es kommt auf die Branche an. Es ist nur eine Idee. Also je nachdem natürlich, wäre es ein Argument, wenn du jetzt natürlich, gut, als Online-Händler musst du deine Rückstellung vielleicht eher erhöhen. Ja, glaube ich auch. Amazon oder Otto. Wenn man es verallgemeinert, also man könnte natürlich noch sagen, verallgemeinert, Anreiz für Bilanzpolitik generell, wenn man es mal ganz, ganz allgemein ausdrückt. Also natürlich, entweder, man kann sagen, okay, ja, wir verkaufen jetzt während der Corona-Pandemie ein Reisebüro. Ja, wieder mal. Verkauft jetzt nicht so viel, dann brauchen wir auch nicht so viel zurückzustellen. Ja, warum? Weil so viel wird eh nicht reklamiert, weil die Leute kaufen ja nicht so viel. Andersrum, ein Online-Händler, logischerweise, der, der hätte natürlich sagen müssen, okay, die Leute kaufen jetzt wie verrückt, wir müssen unsere Rückstellung erhöhen. Ja. Ja, genau. Ja. Otto. Man kann beide Fälle, glaube ich, vertreten, je nachdem, um welche Branche es geht, aber man kann verallgemeinert sagen, die Corona-Pandemie hat auf jeden Fall einen Anreiz für Bilanzpolitik gegeben, ja, zu sagen, okay, wir müssen irgendwie Rückstellungen kürzen oder vielleicht auch erhöhen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ja, ich glaube jetzt nicht, aber dass in der Klausur speziell auf Corona eingegangen werden könnte, sondern eher auf die Inflation beziehungsweise den Krieg. Ja, kann natürlich auch drauf eingegangen werden, ja, aber bei, ich bin ziemlich sicher. Ja, wie, wie wäre es denn bei Inflation? Also, wir können auch sagen, Auswirkungen von Inflation, also auch Inflation, hohe Inflation ist ja, ist ja ein, ist ja ein Schock, ist ja ein wirtschaftlicher Schock. Genauso wie Corona. Die Wirkung ist sehr ähnlich, ja. Heißt das, dass du auch Steuerentlastung haben kannst oder die Kauf dazu erhöhen? Ja, Steuerentlastung vielleicht jetzt gerade nicht. Ja. Aber, naja, was, was heißt Inflation? Heißt ja, die Preise steigen. Ja. Genau. So. Wieder bilanzpolitisch beeinflussen. Ja, wir können ja überlegen, was wird passieren, wenn die Preise hochgehen? Was könnte dann? Weniger Menschen kaufen. Ja, weniger, genau, vielleicht weniger Umsatz, ne? Ja. Weniger Umsatz, weniger Gewinn, ja. Ah ja, für die Unternehmen bedeutet es auch höhere Kosten. Höhere Kosten auf jeden Fall, ja. Also keine Kosteneinsparung, sondern höhere Kosten, ja. Das heißt, wir müssen vielleicht, ja, wir müssen, wir müssen vielleicht generell genau unsere Kostenkalkulation ein bisschen überlegen, ja. auf Fremdkapital wird vielleicht teurer, ja. Vielleicht, ähm, werden Kredite, werden Kredite teurer, weil im Moment, äh, sehr riskante Zeiten sind, richtig, ja. Also, vielleicht auch hier wieder mit Rückstellungen, ja. Vielleicht müssen wir, äh, müssen wir auch hier wieder Rückstellungen anpassen, ja. Ähm, weil wenn die Preise so hoch sind, dann kaufen wieder Leute weniger, dann brauchen wir auch nicht so viel zurückzustellen. Ach, Ah, ja, ja, genau. Wenn es jetzt zum Beispiel um, äh, irgendwie, äh, Reklamationsrückstellung oder sowas geht, ja. Ja. Tja, was, was könnte den, was könnte den Jahres, Jahresabschluss noch bei Inflation, äh, betreffen? Mal überlegen. Naja, man kann, vielleicht ist es schwierig, so eine Prognose abzugeben. Obwohl, jedes Lager, ne, vergiss das, der gehört ja nicht zum Jahresabschluss. Der gehört nicht direkt zum Jahresabschluss zumindest. Ja, nicht zum Jahresabschluss. Er gehört zur Berichterstattung, aber nicht zum Jahresabschluss. Genau, Abkoppelungsthese. Ja. Also, aber ihr seht, man kann schon auf Ideen kommen. Man muss ein bisschen nachdenken und das ist keine Frage, die man in zwei Minuten beantwortet hat. Nein. Aber, also, es wäre vielleicht eine Aufgabe, wo ich hinterher sagen würde, okay, wenn ich noch Zeit habe, gucke ich nochmal drauf, dann überlege ich nochmal ein bisschen. Ja. Es sei denn, dir fällt halt sofort was ein. Wenn dir sofort was einfällt, dann einfach hinschreiben. Ja, einfach hinschreiben. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du keine Punkte drauf kriegst. Aber es ist immer noch, besser als gar nichts hinzuschreiben. Ja. Einfach das, was dir einfällt. Einfach so sagen, okay, irgendwie, ja, in der Zeit von Inflation, da steigen die Preise. Unternehmen müssen vielleicht selber überlegen, ob sie ihre Preise anpassen. Wie wirkt sich das auf den Jahresabschluss aus? Naja, aufgrund höherer Preise sinkt die Kaufkraft der Leute. Vielleicht müssen wir mit Umsatzeinbußen rechnen. Das würde dann unseren Gewinnausweis vielleicht. Auch unsere Kosten steigen natürlich. Ja, wie wirkt sich das auf den Jahresabschluss aus? Naja, vielleicht, äh, haben wir dann höhere Aufwendungen zu bewältigen. Und, 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 und. Ja. Was ist mit dem Krieg? Ah ja, gut, Krieg. Lieferkettenprobleme, vielleicht können unsere Lieferanten nicht mehr, ja, auch hier werden, ne, also, Krieg ist ja was, was die Inflation noch befeuert hat. Äh, ja, also, das hängt ja irgendwie schon noch damit dran, ja, komm mal auf, vielleicht, äh, werden unsere Liefer, können wir jetzt keine Rohstoffe mehr so besorgen, oder sie werden halt deutlich teurer. Das hat wieder zur Folge, dass unsere Aufwendungen steigen, ja, vielleicht unsere Herstellungskosten, äh, steigen. Wir neu kalkulieren müssen, ja, das alles, das alles müssten wir im Anhang erläutern, ja, noch ein weiterer Punkt, weil das sind alles Dinge, die man in der Bilanz selber nicht sieht, ja, das müssten wir vielleicht erläutern im Anhang. Dafür ist der Anhang da. Ja, also, man kann schon auf viele Ideen kommen, finde ich. Ja, das stimmt schon irgendwie. Also, man darf nicht diese Frage lesen und denken, ach du Gott, das haben wir ja nie besprochen, sondern einfach hinschreiben, was einem dazu einfällt, ja. Wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die, dass Christian Honrath oder die Frau Dietz sagen, nö, irgendwie, das finde ich nicht schlüssig, gibt's keine Punkte drauf. Aber es ist immer noch besser, als gar nichts hinzuschreiben. Ja, das stimmt. Ja, also lasst euch von solchen Fragen nicht aus dem Konzept bringen. Einfach das, was dir dazu einfällt, hinschreiben. Es gab's aber auch bei Buck letztes Jahr, solche Fragen mit der Corona-Pandemie und sonstiges. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Im Sinne, ich schon, es war mit, im Sinne von Break-Even und sonstiges gab's so eine Frage, das weiß ich nicht. Ja, naja gut, das ist natürlich ein Thema, was die jetzt immer gerne nehmen, ne. Ja, also, man kann auf Ideen kommen, ja. man muss es auch wie überall, man muss es nur wirklich gut begründen können, ja, wenn, wenn die Erklärung, wie du da drauf gekommen bist, schlüssig ist und ich würde sagen, bei Krieg irgendwie mit Lieferkettenprobleme und höhere, eigene, höhere Rohstoffpreise, wir müssen neu kalkulieren, das müssen wir im Anhang erläutern und so weiter, weil man das ja in der Bilanz nicht direkt sieht. Ey, das ist super schlüssig, das zu erzählen, ja. Muss es dann gut verkaufen können. Ja, man muss seine Argumente gut verkaufen, ja, man muss seine Meinung oder seine, ja, ne, also, man muss einfach das, was man sagt, gut verkaufen, ja, und wenn das alles schlüssig ist, dann gibt es auch Punkte. Ja, gut. Wenigstens Teilpunkte sammeln, das ist die Bilanz. Ja, also, von solchen Fragen, von solch offenen, teilweise, das sind schon irgendwo auch Transferfragen, weil man vielleicht ein bisschen weiterdenken muss, aber, ja, gar nicht aus dem Konzept bringen lassen, da fällt einem was zu ein, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ich bin so gespannt auf morgen. Ich bin so gespannt. Wissen Sie, was Sie mir gemeint hatten? Mit wirtschaftlicher Betrachtungsweise, also ganz grob. Was damit gemeint ist? Ja, genau, was Sie damit gemeint haben. Ja, also wirtschaftliche Betrachtungsweise grenzt so, also wird so ein bisschen abgegrenzt von der rechtlichen Betrachtungsweise. Wenn wir zum Beispiel diese Zeitpunkte der Gewinnrealisierung betrachten, ja, und neben dem Vertragsabschluss, da wird immer gesagt, okay, entspricht der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, aber missachtet das Vorsichtsprinzip, Vorsichtsprinzip, ja? Genau. Was heißt das? Ah ja gut, das heißt, der Zeitpunkt des Gewinn, äh, des, des Vertragsabschlusses missachtet das Vorsichtsprinzip, weil ja bei Vertragsabschluss noch jede Menge Sachen passieren könnten, warum das Geschäft doch nicht zustande kommt, ja? Ja. Aber warum entspricht das der wirtschaftlichen Betrachtungsweise? Wirtschaftliche Betrachtungsweise meint einfach nur, wir betrachten diesen Sachverhalt mal von der ökonomischen Seite, ja? Und ökonomisch gesehen heißt ja, der Vertragsabschluss, es wird ein Geschäft stattfinden. Ja, wirtschaftlich. Ja. Es wird eine Leistung und eine Gegenleistung erfolgen, ja? Ja. Bei Vertragsabschluss, ja, weil das der Zeitpunkt ist, wo beide Parteien versichern, dass das so sein wird. Und deswegen entspricht zum Beispiel der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auch der wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Gewinnrealisierung. Weil uns das sagt, okay, es wird irgendwie auf jeden Fall eine Leistung und eine Gegenleistung erfolgen. Also könnte man von der ökonomischen Seite her auch sagen, ja, das ist der Zeitpunkt, wo man schon den Gewinn als realisiert betrachten kann. Ja. Ja? Also man koppelt sich so ein bisschen von dieser rechtlichen Seite ab, ist das rechtlich schon so? Und schaut, ist das ökonomisch sinnvoll, das so zu interpretieren? Ja? Das, das meint so ein bisschen wirtschaftliche Betrachtungsweise. Da hat übrigens eine, eine Dame eine ganze Bachelorarbeit drüber geschrieben, über die wirtschaftliche Betrachtungsweise. Ich hatte das gestern Abend, glaube ich, mal in die WhatsApp-Gruppe bei PAK geschickt. Also wer da tatsächlich noch mal eine Seite drüber lesen will, kann das gerne machen. immer noch eine Seite. die hat, wie gesagt, eine Dame, die hat eine ganze Bachelorarbeit darüber geschrieben, hat, glaube ich, auch 1,3 drauf gekriegt. Ein Leben. Ja. Okay. Oh Gott. Gibt es noch Fragen? Keine mehr. Einerseits. Ja, meine Damen und Herren, dann bleibt mir nichts weiter, als euch und auch allen Zuschauern, die sich die Videos in der angucken, ganz viel Erfolg morgen für die Klausur zu wünschen. Ihr werdet es alle bestehen, macht euch keine Sorgen. das ist alles machbar. Es ist viel, es ist nicht ganz intuitiv, aber es ist alles machbar. In diesem Sinne noch mal viel, viel, ganz viel Erfolg morgen und vielen Dank, dass ihr immer so fleißig zugeguckt habt. Vielleicht seht und hört man sich dann auch in anderen Modulen. Bis dahin sage ich vielen Dank und bis dann. Ciao.